Moinsen Freunde der Sonne, willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt vielleicht ein bisschen darauf gewartet, dass wir diese Pedale endlich reviewen. Und es ist endlich soweit. Simracing Pro GTR. Lasst uns reinhüpfen. Let's go. Wir fangen mit dem Preis an. Und der Preis ist hier gar nicht mal so einfach anzugeben, weil Simracing Pro hat sich echt viel überlegt, um es für dich super interessant zu gestalten, super individuell zu gestalten und dir ungefähr so eine große Preisrange anzubieten. Jetzt ist es so, dass wir die Pedale von 800 Euro bis 1400 Euro konfigurieren können und das ganze aber ohne Steuern. An dem Satz, den ich jetzt gerade hier habe, da ist wirklich alles dran und das Ding ist wirklich komplett von oben bis unten vollgestopft mit allem, was Simracing Pro zu bieten hat. Und für diese Review kann ich euch sagen, was geil ist, was nicht so geil ist und was Sinn ergibt. Kommen wir mal zu der Qualität. Die Qualität von den Pedalen ist wirklich sondergleichen. Sie sehen auf den ersten Blick erstmal ein bisschen, naja, ich will nicht sagen komisch aus. Sie sehen anders aus als reguläre Pedale, die wir sonst so in der Hand haben. Aber die Qualität dieser ganzen, dieses ganzen Konstruktes ist einfach unglaublich schön. Jede Schraube, jede Feder, jede Bohrung, die Bodenplatte, die Platten, die an den Pedalen ran rankommen. Die sind wirklich so unglaublich schön gefertigt, dass ich sagen muss, dass das eins der schönsten, produziertesten Pedale sind, die ich je in der Hand gehabt habe. Und das ist für mich persönlich immer sehr viel wert. Und das rechtfertigt für mich den Preis am Ende, den wir bei den Pedalen haben und dass wir auch so eine große Preisrange haben. Wenn wir uns jetzt mal die ganzen Bauteile angucken, also wie zum Beispiel die Plate, die wir an die Seite ran machen können für den Fuß. Ich habe das für am Anfang immer für ein bisschen schwachsinnig gehalten und dachte mir so, warum braucht man sowas? Das ist doch überhaupt nicht relevant. Das muss ich jetzt aber leider revidieren, denn das erste Mal, dass ich die jetzt gehabt habe, finde ich sie sehr, sehr schön und wünschte mir, ich hätte sie überall dran, dass der Gaspedalfuß nicht irgendwie immer schräg steht, sondern gerade drauf ist. Und ich würde mir das auch wünschen, wenn wir das auf der Bremse haben könnten, aber dann können wir nachher die Kupplung nicht mehr benutzen. Deswegen wird das da wahrscheinlich nicht dran sein. Wenn du aber so ein Zweipedal-Set hast, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die Platte an der rechten Seite und auch an der linken Seite an der Bremse, dass deine Füße immer gerade sind, ziemlich viel wert sind. Wie sieht es denn aus mit der Heelrest? Also so, dass wir unseren Fuß quasi unten gegenlegen können. Ist das jetzt ein Muss, ist das kein Muss? Ich persönlich muss sagen, nach dem ganzen Ausprobieren, mehrere Pedale finde ich das sehr schön, dass sowas dabei ist und auch die Option dabei ist und dass sie auch variabel verschiebbar ist, was ich total toll finde. Also es ist nicht ein fest installiertes Stück Metall. Nö, du kannst es auch nach hinten und vorne verschieben, je nachdem, wie weit du deine Füße ranlegen möchtest. Und das finde ich unglaublich toll und gefällt mir sehr gut. Würde ich sogar sagen, könnte man mitnehmen. Vielleicht kann man sich das auch selber bauen, wenn ihr da draußen handwerklich begabt sein. Aber es ist für mich definitiv eine Sache, die ich sehr gerne mitnehmen würde. Wie sieht es denn jetzt mit den Einstellungsmöglichkeiten aus? Also du kannst die Vorspannung auf allen Pedalen super einfach ändern. Dass es wirklich binnen Sekunden zwei, drei Schrauben lösen, hochschieben, festmachen gut ist. Die Pedalköpfe, ich nenne sie jetzt mal Pedalköpfe, die kannst du auch super einfach höher, niedriger, rechts, links, oben, unten. Also du hast auch da die Möglichkeit mit zwei Schrauben sie abzunehmen und in die vorgefertigten Bohrungen diese wieder rein zu machen. Das heißt in der Theorie, wenn das für dich eine Option ist, könntest du sogar die Pedalköpfe wechseln. Was ich dir nicht empfehlen möchte, weil die Pedalköpfe sind schon wirklich sehr, 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 sehr sexy. Also für mich persönlich ist das auch ein Stück Hardware, wo ich als Reviewer sagen würde, die würde ich mir sogar nur ins Regal stellen, weil sie so schön ist. Du hast halt auch die Möglichkeit generell noch an den ganzen Zylindern deine Sachen einzustellen und sie für dich abzugraden. Das hast du auch in der Anleitung, wo dir alles beschrieben wird, die wirklich sehr gut ist. Sie wurde mit einem Übersetzer gemacht. Also der Chef, David, mit dem ich dir geschrieben habe, der gibt sich sehr viel Mühe auch mit den Leuten zu kommunizieren und arbeitet sehr viel mit Übersetzern. Also das heißt, falls du da mal in der Bedienungsanleitung was lesen solltest, was dir nicht unbedingt koscher erscheint, das könnte durch den Übersetzer kommen. Aber es wurde definitiv daran gedacht, auch andere Sprachen anzubieten, falls jemand kein Englisch kann. Und dort drin findest du wirklich alles, was du brauchst, was du ändern kannst. Jede Schraube ist beschrieben. Das heißt, ich muss dir das jetzt eigentlich hier alles gar nicht zeigen, weil dann würde ich dir den Spaß wegnehmen, wenn du es auspackst und dir das ansiehst. Und alles, was dort drin beschrieben ist, ist wirklich kinderleicht zu machen. Du musst da nicht irgendwie großartig rumfummeln, irgendwas rummehren oder hast Probleme mit den Schrauben, dass sie nicht rausgehen oder die Schrauben überknuppen. Alles wertig, alles easy, gar kein Problem. Tippitoppi. Lass uns doch mal über die Software sprechen. Wenn wir jetzt auf die Homepage gehen von SAP, können wir oben den Download-Ordner oder den Download-Rubrik finden, können dann hier auf die Firmware klicken. Dann kannst du dir hier auch gerne noch das Manual herunterladen. Und hier oben findest du die Firmware und auch das Setup. Wenn wir jetzt die Software öffnen, werden wir hiermit begrüßt. Das ist natürlich jetzt nicht das, was man gewohnt ist von anderen Herstellern, wo es schon ein bisschen umfassender ist und auch designtechnisch ein bisschen anders gestaltet ist. Aber hier ist alles drin, was wir brauchen. Also wenn wir jetzt die Pedale kalibrieren wollen, können wir hier auf Pro Kalibrieren drücken. Dann können wir hier auf Kalibrieren an der Seite drücken. Dann können wir jetzt hier die Bremse, seht ihr ja, wird hier alles beschrieben. Drücken Sie den Beschleuniger auf das Maximale, halten Sie jetzt und drücken weiter. Habe ich jetzt gemacht. Ich drücke Nächster. Das machen wir jetzt bei der Bremse, machen wir das auch. Nächster. Dann können wir jetzt hier die Kupplung treten. Nächster. Und dann ist das hier fertig. Dann können wir Speichern drücken. Und dann sind die Pedale fertig kalibriert. Und dann kannst du hier sehen, dass alles funktioniert und einsatzfähig ist. Dann können wir das speichern, wenn wir das wollen. Unsere Kalibrierung oder wie wir sagen Einstellung übernehmen, schließen das Ganze und sind hier fertig. Dann können wir jetzt hier bei den Custom Einstellungen, können wir, seht ihr ja, können wir hier wieder unsere Graben einstellen, wenn jemand dazu Lust hat. Ich bin ja immer Typ, ich habe alles linear und lasse das auch immer so. Dann haben wir unsere Todeszonen, die wir einstellen können, die Dead Zones. Ich habe meine jetzt hier bei 85 Prozent für iRacing. Das heißt, wenn ich jetzt hier reintrete, ist hier Feierabend bei der Ausgabe und der Rest ist ganz normal gegeben. Und alles andere ist hier ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich so relevant. Wir könnten jetzt hier selber noch unseren Monitor öffnen, wenn wir das wollen, falls wir kein extra Programm dafür haben. Wir können hier noch die Sprache einstellen, wenn wir das möchten. Na, wir schließen mal den Monitor. Wir können auch hier VR, ist auch mit integriert, ist auch alles dabei. Und dann bist du eigentlich fertig mit der Software und kannst die Pedalen benutzen. Und das machen wir jetzt auch und gehen mal rein in den Fahrtest und ich gebe euch mal ein kleines Fazit dazu beim Fahren. So, nachdem wir uns jetzt die Software angeguckt haben, können wir ja mal eine Runde braten gehen. Oder wie? Schön mit dem Porsche. Auf Le Meng. In iRacing. Los geht's. Also so vom ersten Eindruck her. Ich fahre normalerweise Schuhe und die Pedale würde ich auch ohne Schuhe fahren. Also die sind wirklich super gemütlich. Die Heelplate fühlt sich sehr, sehr gut an am Hacken. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie weh tut oder irgendwie ein unangenehmes Gefühl ist. Die Pedale schmiegen sich unglaublich schön an die Füße an. Also so vom reinen Gefühl als Schuhfahrer normalerweise ist das hier echt ein Segen. Von den Eingaben her, das Gaspedal fühlt sich wirklich super, super geschmeidig an. Also ich habe das Gefühl, ich kann damit super gut modellieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass es zu schwer ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es zu leicht ist. Das ist super angenehm. Auch im Endurance-Rennen bin ich ja mit den Pedalen auch schon gefahren. War das sehr angenehm. Da bin ich ungefähr eine Stunde und 20 Minuten damit durchweg gefahren und das war wirklich unglaublich klasse vom Gefühl her. Bei der Bremse, wo wir jetzt hier gerade mal rankommen, das kann man ohne große Arbeit, kann man das Pedal drücken. Also das fällt mir super, super leicht. Auch das kann man unglaublich schön modellieren. Was ich persönlich unglaublich schön finde bei der Bremse von den SRP GTR, dass man so ganz, ganz leichte Eingaben machen kann. Beispielsweise der Porsche ist ja immer so ein Wagen, der mag das, wenn man ein bisschen auf der Bremse rumspielt, dass er in der Kurve sich reinzieht oder sich ein bisschen rumzieht. Und das kann man mit dem Pedalen wirklich sehr, 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 sehr schön machen. Also es ist nicht nur so eine 0 und 1 Bremse. Jetzt hier gerade, wenn man nochmal ganz kurz auf die Bremse drauf tippt, das kann man jetzt hier auch auf dem Desktop sehen. Bei der Eingabe ist das sehr, sehr schön und macht echt einen sehr, sehr schlanken Fuß. Bei der Kupplung, ja gut, es ist eine Kupplung. Was möchte man zu einer Kupplung großartig sagen? Also sie ist sehr, ja, wie soll ich sagen? Die geht ganz geschmeidig rein. Man hat keinen Druckpunkt oder sonst hier ist dergleichen. Kupplung haben ja immer so einen Bitepoint. Das ist hier jetzt nicht gegeben. Die ist wirklich linear einfach rein und gib ihm. Fühlt sich auch sehr, sehr schön an. Bis dato, auch jetzt nach knapp einem Monat Fahrzeit, die die Pedale jetzt dran waren, habe ich wirklich noch nichts feststellen können, dass irgendein Teil lose gegangen ist, dass irgendwelche Quietschgeräusche aufstehen, entstehen, dass man bis dato irgendwas machen muss. Bei mir ist das ja immer so ein bisschen auch eine gesonderte Behandlung mit zwei Katzen, die auch ständig durch das Rig-Touren. Das ist ja für das ein oder andere Gerät manchmal nicht so cool, wenn wir beispielsweise Katzenhaare da reinkriegen oder sonstiges dergleichen. Das ist hier einfach gar nicht gegeben. Also sie fühlen sich immer noch an wie am ersten Tag, als ich sie ausgepackt habe und angeschlossen habe, weil ich den Pedalen wirklich sehr hoch anrechne, dass auch alles ordentlich gefettet ist und nicht irgendwie zu viel Fett dran ist, dass wenn man das anfasst, dass das so greasy ist. Das macht wirklich einen schönen Eindruck. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im Anschluss nach dem Segment des Fahrens beim positiven und negativen und dem Fazit. Kommen wir mal zu den positiven und negativen Dingen dieser Pedale. Positiv, was ich wirklich ganz weit oben ansetze, ist der Kontakt mit David, dem Chef. Der ist wirklich sehr ambitioniert, sehr hilfsbereit und liebt seine Produkte und das kannst du auch sehr gut merken, wenn du dich mit ihm unterhältst. Was ich noch ganz oben anfühlen möchte, ist die Qualität dieses Produktes. Ich habe wirklich selten so ein hochwertiges Produkt von den Materialien, von der Verarbeitung und von den Einstellungsmöglichkeiten. Und bei den Einstellungsmöglichkeiten meine ich, dass es super easy ist, die Sachen einzustellen. Ist für mich ganz, 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 ganz weit oben. Als kleine Anmerkung dafür, was vielleicht negativ ist, was bei mir aber wieder eine persönliche Präferenz ist, ist die Härte der Bremse. Die Bremse ist wirklich sehr schön. Sie ist unglaublich toll modellierbar. Sie arbeitet unglaublich gut. Funktioniert auch sehr gut mit der Software zusammen. Also das haut wirklich sehr schön hin, dass man das einstellen kann. Aber für mich ist sie ein kleines bisschen zu leicht. Falls ihr da draußen einen strammen Bremsfuß habt und ihr legt darauf Wert, dass das Ding wirklich stramme hart ist, werdet ihr wahrscheinlich mit den Pedalen nicht sehr glücklich werden. Denn es fehlt ein ganz kleines Nötchen, also so vielleicht 20, 30, 40 Kilo mehr, damit das ein bisschen straffer ist. Und das wäre das einzige, was ich als negatives anmerken könnte zu dem Produkt. Was ist denn jetzt mein Fazit zu den SRP GTR? Das ist wirklich sehr durchwachsen. Und das einzige, was daran sehr durchwachsen ist, ist der Preis. Für 1400 Euro Pedale kaufen ist für den einen oder anderen, und das habe ich auch bei den Reviews in den Kommentaren schon gelesen, ein ganz schöner Brecher. Und das kann ich auch definitiv nachvollziehen, dass Menschen das für einen sehr großen Brecher halten. Und definitiv auch sagen, ja, könnte man so sehen. Aber du kriegst für dein Geld wirklich eine Menge. Also wenn du die wirklich voll ausstattest, kriegst du mehr als bei anderen Leuten und bei anderen Firmen. Denn bei anderen Firmen hast du nicht die Möglichkeit, diese Zusatzteile A hinzuzufügen, wenn du sie möchtest, und B wieder rauszunehmen. Wie beispielsweise, wenn wir das jetzt vergleichen mit SimMagic, dort ist das gegeben. Aber ein Einzelunternehmer und kann nicht mithalten mit einer großen Firma. Das ist einfach nicht möglich, dass diese Preise von SimRacing Pro dort gehalten werden. Deswegen würde ich anmerken bei dem Preis, wenn du wirklich ein Hardware-Liebhaber bist und du möchtest was wirklich super Wertiges kaufen, wo sehr viel Liebe drin steckt, und wo du die Möglichkeit hast, ein richtig schönes Erlebnis an den Füßen zu haben, sind das genau deine Pedale. Wenn wir jetzt beispielsweise mal in ein Zwei-Pedal-Set reingehen, bist du bei 800 Euro rund. Und da ist halt alles drumrum, Baseplate, alles ist mit dabei. Das heißt, das wäre für dich definitiv dann eine Option. Gibt es günstigere Alternativen? Absolut. Und das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber die SRP, GTR sind wirklich sehr, sehr feine Stücke und die machen sehr viel Spaß beim Fahren. Also lass mich doch mal wissen, was hältst du denn von den Pedalen? Was ist so dein Eindruck davon? Hast du sie vielleicht selber schon mal ausprobiert oder liebäugelst du damit, sie zu fahren, sie zu kaufen? Schreib das mal in die Kommentare. Dann wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag. Ich bedanke mich, dass du dir dieses Video angesehen hast und möchte mich an der Stelle auch nochmal bei allen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank, dass du den Channel unterstützt. Vielen Dank an alle generell, die auch Kommentare schreiben und sich das hier ansehen. Lasst es euch gut gehen. Bis den Dansen! 5 4 Bis zum nächsten Mal.